Ganz herzliches Willkommen zu Frau Meier TV. Hier geht es ja darum, dich und deinen Stil zu lieben. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und damit du dich und deinen Stil lieben kannst, habe ich mir was ausgedacht. Ich habe mich dazu entschlossen, erneut eine Stilmission zu machen, Runde 3. Das hast du ja vielleicht auch schon mitbekommen. Vielleicht bist du auch sogar schon angemeldet. Wenn nicht, dann kannst du das natürlich schnellstens nachholen. Wir starten am 12. April an meinem 41. Geburtstag. Runde 3 Stilmission. Für diejenigen, die jetzt sagen, Stilmission, was ist denn das? Die Stilmission ist ein kostenloser Online-Kurs von mir für dich als Geschenk. Und in der Stilmission, da gebe ich dir Einblicke in meine magische Stilformel. Und die hat tatsächlich in den letzten Jahren, ich kann es selbst kaum glauben, während ich hier stehe und spreche, tausenden von Frauen ein großes Stück Selbstsicherheit zurückgegeben. Sie hat Licht ins Dunkel von schnell wechselnden Trends, Must-Have-Listen und diesen ganzen anderen Geschichten, die Modemagazine und die Modeindustrie verbreitend gebracht. Und den angeblichen Do's and Don'ts. Für mich ist die Grundlage von Stil, die bist du. Stil beginnt in dir selbst und legt die Grundlage für dein gutes Aussehen. Dein Wohlgefühl in deiner ersten und in deiner zweiten Haut. Und die Frage, was braucht es wirklich für deinen persönlichen Stil, die kannst du dir, ich würde sagen, zu sehr großen Teilen in der Stilmission beantworten. Wir kümmern uns nämlich in der Stilmission um dich, um deinen Strahlen, um deinen Körper, um deine Passformen, deine Farben, deine Outfits und deine Kombinationen. Und ich kann dir jetzt schon versprechen, dass ich dich in keine einzige Schublade stecken werde und dich auch nicht irgendwelchen sinnbefreiten Kategorisierungen unterwerfe. Das ist nämlich meiner Meinung nach Unsinn. Stil ist das Sichtbarmachen deiner Person, deines Charakters. Und da gibt es keine Regel, die gleichermaßen für zig Millionen Frauen gelten können. Das geht gar nicht. Die Stilmission ist ein wunderbarer Weg, sich selbst Modestil mal aus einer ganz anderen Sichtweise heraus zu betrachten. Es ist eine interaktive Herangehensweise, die ein Ziel hat. Dich, deinen persönlichen und individuellen Stil einen Riesenschritt nach vorne oder näher zusammenzubringen. Weil eins steht absolut fest, Stil ist mehr als Regeln, Do's and Don'ts. Ja, ich habe es schon gesagt, bei mir wirst du vergeblich nach irgendwelchen Kategorien und Schubladen suchen. Dafür gibt es Klarheit, Spaß, Sicherheit. Und gerade vor fünf Minuten hat mir eine Dame auf Instagram geschrieben, du hast mich mir selbst in der letzten Stilmission ein großes Stück näher gebracht. Weil Stil ist mehr als nur Klamotte, zumindest meiner Meinung nach. Und es gibt tatsächlich ganz viele Frauen, die jetzt schon zum dritten Mal dabei sind und die immer wieder zwischendurch auch schreiben, Katharina, machst du mal wieder eine? Wann kann ich mich wieder anmelden? Ja, jetzt ist es soweit. In einer Woche haben wir schon quasi Tag 1 fast hinter uns. Und eine Frage, die natürlich auch immer wieder kommt, weil das Ganze ja kostenlos ist. Ja, da kommt automatisch, komischerweise immer wieder, die Frage oder die Nachricht, wo ist der Haken? Wo ist der Haken, dass du das kostenlos machst? Da muss es doch einen Haken geben. Und ich verstehe nicht ganz, warum alles in der Welt irgendwie einen Haken haben sollte oder einen Haken braucht. Bei mir jedenfalls gibt es keinen. Die fünf Tage sind mein Geschenk an dich. Und wenn du jetzt sagst, das verstehe ich aber immer noch nicht ganz. Zum einen, weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht. Zum anderen, weil es für mich total großartig ist zu sehen, wie Frauen auf einmal wieder aufrechter gehen und eine neue Klarheit bekommen. Ich habe heute ein Interview gegeben und da hat mich die Dame mir gegenüber gefragt, was ist denn der schönste Moment an deiner Arbeit? Und der schönste Moment ist für mich, wenn ich in meinem Gegenüber, egal ob wir im selben Raum sind oder in einer Facebook-Gruppe, beispielsweise von meinen Online-Kursen Stilsicher Leben oder Stilsicher in acht Wochen verbunden sind, das ist der Moment, wo das eigene Ja zu sich, zur ersten und zur zweiten Haut wiederkommt. Egal, ob ich es live miterlebe und sehe oder ob ich es eben in der Gruppe lese, dass mir jemand schreibt, hey, boah, da hat sich was getan. Ich fühle mich wieder wohl oder ich fühle mich wohler oder sicherer. Ich bin tatsächlich überzeugt davon, dass wir allen Recht darauf haben, uns wohlzufühlen mit unserem Körper und mit unseren Outfits. Und es gibt genug Menschen da draußen, die versuchen, uns das Gegenteil zu beweisen. Die sagen, jetzt brauchst du noch das, damit du dann ultimativ glücklich bist und du brauchst noch diese Creme und dieses Antifalten, Zellulite, was auch immer, Ding, um glücklich zu machen. Und diese Saison musst du unbedingt dieses oder jenes tragen. Daran glaube ich nicht. Ich glaube nicht an die Regeln. Ich glaube nicht an die fertigsten Lösungen, weil es ist dein Leben und es ist dein Stil. Und das ist der Grund, warum ich die Stilmission mache. Ich war selbst lange unzufrieden und unglücklich mit mir, mit meinem Körper und ich habe für mich meinen Weg daraus gefunden. Und weil ich mir auch für andere Frauen wünsche, dass sie glücklich und happy oder zumindest zufrieden sind mit ihrem Körper, mit dem, was sie mitbringen, mache ich die Stilmission. Weil ich auch glaube, dass die Erde rund ist und alles gut zurückkommt. Und ja gut, das Schlechte natürlich auch. Neulich erreicht mich eine Nachricht auf Facebook, die da schreibt so, warum machst du das echt jetzt kostenlos? Das kann doch nicht sein. Und ich habe kurz davor eine andere E-Mail bekommen und da schrieb die Frau, und ich möchte es gerne kurz vorlesen. Katharina, deine Stilmission im letzten Jahr hat mir so weitergeholfen. Ich habe ausgemistet, neu sortiert. Ich kenne meine Farben, ich kombiniere neu. Weiß im Geschäft, was ich kaufe und schaue in den Spiel und denke, gut siehst du aus. Ich habe keine Ahnung, wie du das machst, doch du machst es. Danke. PS, darf ich trotzdem nochmal dabei sein. Und ja, klar, ich wünsche mir, dass es noch vielen, vielen, vielen mehr Frauen genauso geht, wie der Absenderin der E-Mail. Und vor einiger längerer Zeit hat mir eine andere Teilnehmerin geschrieben, ich lasse mich nicht mehr ablenken von all den modischen Angeboten. Ich kaufe nicht das hundertste Kleid, obwohl es mir stehen würde. Was soll ich mit hunderten davon? Ich weiß ganz genau, was ich will und was ich brauche und was mir aktuell gut steht. Was mich sozusagen auf die nächste Stufe meines Stils bringt. Du sagtest so schön in deinem neuen Workshop, du bist die Wiederbeleberin unserer Selbstsicherheit. Und ich kann nur sagen, ja, das bist du zu hundert Prozent. Ich habe gestern in einer Stunde und 45 Minuten einen Mantel, einen Schal, eine Mütze, eine Hose und eine Übergangsjacke gekauft. So pragmatisch und schnell und zielsicher. Früher hätte ich tagelang rumlaufen müssen und wäre nicht zu diesem super guten Ergebnis gekommen, sondern hätte mehr Geld ausgegeben, einige Einzelteile gekauft, die ich nicht hätte kombinieren können und hätte auch noch viel Zeit vergraten. Ich wäre bei weitem nicht so zufrieden wie jetzt. Danke an dich und deine Stilmission. Ja, und genau das ist der Grund, warum ich das mache, warum ich das kostenlos mache, weil ich wirklich überzeugt bin, dass wenn es dir gut geht, wenn du gut aussiehst, wenn du dich wohlfühlst in deiner ersten und in deiner zweiten Haut, dass die Welt in Summe ein schönerer Ort wird. Und wenn du jetzt denkst, ja, Katharina ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, auch noch jetzt hier beim Weltfrieden mitzumischen, ja, okay. Und hey, wir können nur bei uns selbst anfangen. Das ist das, was wir in der Hand haben. Also, aus diesem Grund, wenn du deinem Stil einen Schritt näher kommen möchtest, dann sei dabei, ich freue mich, melde dich an, ich poste gleich den Link noch hier unten in den Kommentaren und mach dich auf eine spannende Reise über fünf Tage lang zu dir zurück und zu deinem Stil natürlich. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da quasi persönlich kennenlernen, wenn auch doch noch virtuell. Du kennst jetzt meine Gründe, warum ich die Stilmission mache, warum ich sie kostenlos mache. Es ist auch egoistisch motiviert, weil, ich meine, du spürst es vielleicht, mich macht es echt happy, was da passiert. Und die letzten Stilmissionen haben Leben und Kleiderschränke verändert und vielleicht ist ja in der nächsten deins und dein Kleiderschrank auch dabei. In diesem Sinne, lieb dich und deinen Stil und denk dran, Schönheit und Stil beginnt im Herzen und geht dann vom Kopf bis hinunter zu deinen Füßen. Ich freue mich, bis bald. Tschüss.